Moin moin zusammen, hier ist wieder der Trill mit unserem dritten 99 Damage Liga Game in der Division 3.7. Wir haben heute gespielt gegen das Team Unimaginative, die seht ihr hier auf den siebten Rang. Die haben davor erst ein Game gehabt, das sie leider verloren haben. Wir sind auf Platz 4 mit zwei Siegen und zwei Niederlagen und gespielt wurden die Maps Mirage und das 2 und ich nehme so viel schon mal vorweg, dass das das spannendste 99 Damage Liga Game ist, was wir bisher gespielt haben. Deswegen holt euch Popcorn dazu, was zu trinken und viel Spaß beim Zucken. Ich werde nichts treffen. Einmal eine Neife gewinnen. Das ist mal eine Neife gewinnen. Ich glaube, dass man bitte mit einem, der vorgeht, mit links anhittet und dann zurückgeht. Dann kommt ein anderer, der mit rechts. Ja, mach du. Ich komme mit rechts. Einmal links, einmal rechts. Ja. Einer hat rechts. Oh. Haben wir, haben wir. Einer hat rechts hin. Nein, ich steche daneben. Und aus rein. Aus diese Scheiße. Wollen wir nochmal den Pistolen-Gaum machen über B-Splip-Ding? Und Freddy's Collector Smog? Hast du jetzt, Freddy? No. Freddy, neuer Smog ist, soll nichts passieren? Na, dann rip in pieces. Die Wind-O-Smog ist immer safe. Ich erinnere, dass ich zwischendurch mal kotzen muss. Und es geht los. FF, äh, FG. Ich brauche nur keine Flock-Game-Bock auf diese Piss-Flash. So. Vielleicht halt auch Argo mit Untergrund machen. Ne. Ey, mich vorne. Oder Untergrund ab. Bombe mit B-Haus, ja. Alles. Felix und ich gehen Mitte. Ihr müsst B-Fertig machen. Und ab-aimt. Einer haus, einer Untergrund und Freddy Smog. Kannst du? Naja, ich muss halt streichen. Du hast die Bombe, Erik. Äh, Freddy. Die Bombe, ja. Ich glaube, ich kann. Wir haben abgesmogt, oder? Ne. Egal. Wir haben abgesmogt, oder? Ne. Egal. Habt ihr gesmogt? Habt ihr nicht. Na, die kann. Ich mach aber vorne ab. Habt ihr? Ja. Ja, egal. Windows-Smog ist ein Witz. Ich lecke wie Scheiße. Ja, Felix legt die Hand. Kurz. Kurz und Connector. Ja, ja. Vorbei, Alter. Kurz hat Lauer P. Könnt ihr ihn ficken? Könnt ihr ihn ficken? Fuck. Window? Leg einfach. Hey, warum kamen die denn nicht? Ist das 64 Tick? L. L. Einer Window. Ich hör mal kurz L. Leute, Window. Das ist doch 128 Tick, oder nicht, hier? Ja, klar. Ja, wieso kann ich smoke denn da nicht? Natürlich kriege ich genau in der Runde Legs. Ah, der hat dich von Connector auch gefickt. Window war gar keiner. Counter-Terrorists win. Wir können trotzdem noch über die Connector-Smog gucken, irgendwie. Ja, ja, du kannst ja drüber gucken, wenn du nah genug rangehst. Irgendwie komisch B gedeckt, eigentlich. Da war halt nur einer kurz. Ne, der andere war Haus. Der ist in der Smoke gestanden, wo du die Smoke verworfen hast. Also. Okay. Ah, da war die geil halt, eigentlich. Ah, schon einen Smoke verworfen? Wollte nur boosten, oder so? Ja. Ah, die haben B schon Ultra verworfen. Die dachten, glaub ich, auch zu B. Rush. Close-Action. Einer. Vier, auf A. So seh ich nichts. Zwei waren B. Treppe. Treppe, einer. Ich sing gleich Action raus für die. Aimst du Treppe, Irmi? Der steht oben, Treppe. Ah, CT. Gib mal, Warner. Ich hab keine Pech. Ach, komm. Da liegt ein Koi-Action. Können Tag 9 kaufen, irgendwo drauf rushen. Vielleicht noch Dom-Link. Wir können doch auch, wir können halt forsen halt. Ja. Also können wir kaufen nochmal. Okay. Kau ich. Hä, was sind das? Immer einer Unterkund. Ja. Ich versuche mal den Aspekt zu schieben. Kette. Hm. Das war ein Pitchen. Auf mal dein Internet, Felix. Wurz auf. Haus abgesmaukt. Wurz auf. Haus abgesmaukt. Treppe. Scheiße. Ninja-Bolli. Ninja steht da. Wir haben keinen Smog oder so, ne? Abgesmog. Nimm mal du die Bombe. Lass nochmal zurück, oder? Ja. Ja. Jungle Flash. Treppe noch, Treppe noch. Treppe noch. Irgendwo. Fenster und Treppe. Immer bitte CT. Bitte CT aim. CT aim. Treppe noch, Treppe noch. Face nicht Treppe. Ich aim damit Scout. Ich hab Treppe. Immer noch hinten nur ab. Ja. Connector ist fast. Treppe down. Treppe down. Treppe noch einer. Und? Connector auch. Flash. Ja, beide da. Treppe scouted. Treppe unten? Spot irgendwo. Feuerkissen. Connector. Nee. Und ich hab Legs. Wie scheiße, Mann. Nicht mehr viel Zeit. Guckt einer Haus irgendwie? Das dauert es aber. Die sind weg. Nee, die sind weggegangen. Die speichern. Hat er einen AK von euch noch? Der Daumen gegangen ist? Felix hat er nicht. Weg rechts oben bitte. Was bist du? Noi. Ich brauche einen Drop. Ich kann einmal legen. Naja, du musst auch legen. Ich hab schon. Ich hab eine Action auf Wreck. Wir können auch A smoken dann. Du hast halt direkt smoken. Felix geht auf Wreck und dann gehen wir. Ja, dann fehlt uns der Smoke. Glaub ich zählt der oder was? Ich weiß nicht. Aber uns fehlt eher einer. Chill. Ja, jetzt können wir smoken. Ja, jetzt können wir smoken. Ich hab für Jungle. Hast du jetzt gesmoked? So eigentlich? Ja, ihr smoken beide CT so. Das ist Quatsch, was ihr macht, Felix und Vio. Ja, ihr smoken beide CT so. Einer muss was anderes machen. Nee, dann mach ich erst der. Ja. Wurz hat halt schon. Die wissen schon, dass Mitte nichts ist. Ja, wir können jetzt A smoken. Ja, ihr müsst halt schnell machen. Die wissen eh. Ja, das Werfen jetzt kommt. Get right. Ich kann natürlich schon sehen. Na blind. Ich wollte halt einer bestimmt, wenn die flashen oder sowas. Ich seh nix. Ich bin cool. Mann, das ist halt wie so ein dummes Teil. Wo? Trepper? Ja. Ja, ich muss halt mal kommen. Ja, ja. 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 Das war B Bombe nach hinten, das zieht durch Armour, jetzt go, einfach drauf Wir können nicht durch, wir können nicht durch Kurz Ach, das Schwengel hat mich Wunder halt auch schon Na gut Bleib mal hinten dann auch, aber Eigentlich überhaupt kein Geld Nein, müssen wir nochmal sparen Ja, kauft jetzt Kaufen Ich brauche die Mitte oben, Smog Ich nehme eine Bombe Noch ein bisschen Mittelkontrolle und so Ein bisschen Melba mit der Schwengel Connector Du hast Wendo gehittet, im Blend Kurz glaube ich Grenade Die Bombe liegt da extrem scheiße Wie auch immer die da hingeworfen hat Mog kurz jetzt weg Ja, Lol, Wunder habe ich echt getroffen Der müsste Low haben, so viel Blut wie da ist Mog liegt nicht Kurz, Low Ach der hat so einen Timelag, Treppe noch Treppe, ja Ich geh jetzt Connector rein Nimm mal Bombe lieber mit Ja, das ist Default A Ich geh Action jetzt Ich habe auch schon Dicke jetzt Du hast eine Ninja oder so auf A, Felix Treppe mal hoch, man Treppe Der ist da eh schon weg Der müsste Low-P haben, der zurück schluss Ich komme jetzt Action, ich habe auch nicht mehr viel Safe meine Spot Ja, Default war vorhin einer Spot down Treppe, schön Treppe down Die Flash-Dange Sollst du CT aim? Du musst aim, du musst aim Ja Connector drin Ich unterholze safe, ja Treppe kann gleich Ich habe Action So kann nur Jungle kommen gerade Und Haus Nimm mal einen Schuss DT, oder? Ich feier Ich habe eigentlich nur auf den Schalte gelämpften Schuss gehört Wenn es da beide sind DT glaube ich Spot durchgelaufen Ach du guckst so, alter Links Schön denn Fuck ich dachte Ich dachte du guckst da durch den Schlitz, dass du Jungle siehst, wenn da einer cross Ey das siehst du nicht Muss einer legen Felix Kann noch einer legen? Ja Ja ich habe gerade die Ich freue mich auch Mock mit da oben Ja WINDOW AWP Ich smoke den ab WINDOW AWP Ich smoke den ab Einer aus Truck B Truck WINDOW AWP Boah Connector drin, glaube ich Hat von euch einer kurz gesmogt? WINDOW AWP WINDOW? Nee Ich nicht Dann ist da vielleicht Mini Döner drin WINDOW AWP Von euch hat safe keiner kurz gesmogt Vielleicht schon im Jungle rein Schlimmer bitte Kurz rechts vielleicht, wer da kurz gerade ist Kurzkante, zieh rum Der ist links wieder Ja Mit einem Döner von uns? Ja ich bin Mini Dann lass noch Einer aus Küche Ja wir können Kurz gehen Boost mal auf die Kiste hier Felix Oder da vorne, wer ist das? Ich Vorne eigentlich im Haus oder so Ich bin hier da Go 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 Ich glaube da hast du dann Ich muss von vorne Ja Down Bist du den ich siehst? Ja Ich hab den Fokus auf was anderes Anders noch A Der ist glaube ich schon speichern gegangen Der war hier Treppe und ist dann irgendwie weggegangen Ich glaube Action weg Das sind wir noch hinten Ich glaube die sind in A-Haus oder so drin Ja Bleibt mal noch bei der Bombe irgendwie Ja Ja Ich bin noch da Hatten AWP, ich kann auch nicht handen Ich habe aber 4 HP bei der Bombe Wie denn da bist du die AWP? Ja ich muss jetzt weg Ja die sind in A-Haus drin A-Haus drin Safe call Weiter Mindestens einer Probiert halt noch, wir Kriegen Geld glaube ich Wie geht es? Er ist bloß Anna sind zwei, beide, beide drin Ah die sind alle los Ich gehe Action auf Frag So die werden jetzt eine Eko haben Komm mal bitte Action mit Ich gehe mit A-Haus auf Frag Wir haben halt keine Eko weil die zwei Waffen haben A-Haus drin A-Haus drin Na gut dann werden die vorerst Wächtest du einen Drop bitte? Ich kann den Eichling Ja macht ihr Hast du schon? Ja ich hab jetzt Haust du noch Felix Nee kommst du sie Kommst du Keiner übrigens nicht gekommen bei dir Ich glaube A-Haus rein Grün Vorsicht Wir können A-Smogs machen Ich hab da einer Smoke Stairs dann What's off? What the fuck? Alter was hättet der Ich kann den Smoke vergessen Warum? Ich hab noch eine Ich hab noch eine Ja weil keiner auskommt dann Ich gucke ob ich einen Frag machen kann Ich smoke jetzt einfach Stairs War da einer? Ja Treppe einer Mann LOL Wer ist? Unterholz Auf der Kiste Auf der Kiste Z gradient Hat der schon Immer noch Shadow wurscht Hmm Ich probiere einfach alle SP frei Nein Noch einer Nein Warum geht der nicht down, Alter? Ja, wollte ich ja Aber ich dachte, der liegt halt schon Fuck, A war ein Hitman, wie? Wir können halt Galil sourcen, Lassael können einen kaufen Wir kaufen nochmal AWP Einfach mal schön ruhig, schön up-aimern Das ist eigentlich aim-technisch übel zu überlegen Okay Der in der Mitte ist nicht schlecht, der Korax, dieser Weak Ah, geht Wann gelackt Ich nutze das wieder auf mit AWP, facetim, mit dem ich Du den vielleicht gleich Einmal, einmal ein Timing lacken, den bitte Kommt ihr hoch, Connector Ich bin Connector hoch, ja Treppe Eine Antininie an einer Treppe Und noch down Was ist die Antininie? Zweite, zweite Linie, oder was? Ich bin smoged Spot, Spot A, Spot A Down, komm mal Ja, und Holz kann noch sein Irgendwo Spot Mann, wo denn? Leg, Felix Smog up Connector und leg Smog doch mal Connector, Felix, Mann! What the fuck? Der apikt doch mal nicht die AWP, das ist so blöd Ultrafien, so, sind beide kurz, oder? Kann dir grad nicht helfen Alter, du api, Felix Bleib in der Ecke, Fih, bleib in der Ecke, bleib in der Ecke Jungle und Connector, safe call Schöne, Free Fire, schieß vor Low AP Nein, ne, ich glaub nicht Low Kaum Zeit Nice AWP im Haus AWP oben im Haus In der Kaliber Ne, 50 brauchst du noch mehr Aber du musst trotzdem botten Wir haben jetzt nicht viel Geld Ja, passt auf, jetzt werden die pushen in Action Ich aim Action ab Komm mal einer mit Ich aim defensiv von oben ab Ne, Bombe Ja, ich leg Bombe erstmal Nur der Galiber Naja, Action push was So, ne, ist halt in der Mitte Schöne mal Connector hoch, oder? Ich check ins Haus, Freddy Oh Gott, die Smoke, Alter Peek nur einmal, dann geh ich Einer zu close action Pistole, ja, 52 Und get right, einer Ich cheat jetzt auf Für die Bombe und... Ah, der hat auch ne Waffe da, oder nicht? Sight down Sight down Schöne, ja komm mal Ja, komm mal Und Dolls frei Haus könnte noch einer stehen Ich facke der Haus ab Ja, Jungle Haus Komm, komm weg, Freddy, komm weg Einer hat einer T-Base Oh, der hat Lower-P, der stand auf der Nade Letzte Action Ist der schon mal jetzt Action? Das steht gern Alles Oh, wie der mir gibt mit P2K Der war halt wirklich Haus durch Übers Glück gehabt, dass keiner legen würde Felix, leg mal AWP Bitte für Mitte Achso, okay AWP für Mitte, ich hab Top 2 Ja, nehm, ich kauf's selber In wen spielen die Felix? Kriegen Cologne Achso Na, das ist halt safe Untergrund, safe call Pass auf Safe call Der ist wieder Mitte zurück Noch immer Untergrund, push den, push den, push den, push den Untergrund, bitte Das sind zwei Untergrund, Mann Könnt ihr den holen? Ah! Der hat A, war ein Hit sogar noch, alter Beide waren down, ne? Ja Ich smoke window Wo wollen wir hin? B, oder? Na ja, A Das war Connector hoch vielleicht, ich aim kurz ab Ja, geht ab Ich smoke kurz Ja Ich bleib da Mitte oben und bleib Und aim, hol verschieber Eben die Smoke Jungle Kommen Action Action drinnen, Mann Window! Oh, ich irgendwie ein Hund Flaschen, ne? WTF? Mitte unten Mitte unten, Minecraft, Ruder, aim Letzer Alter Finne, ey Der hätt aber vorher mal down gehen können Da ist aber echt auch die Hälfte daneben, ne? Wollte halt Action schleichen, weil Wussten, die wussten ja, dass ich da bin, aber Ich werd schon draufgegast Ich muss ne Flash los werden, Vorsicht Ich geh Action auf Fack Nimm die Bombe mal mit Richtung B-Haus, wir sehen jetzt immer A, geh ja Lass aber wieder A gehen Window oder Connector steht Über Unterfund Lila, ist da was? Ne, ist abgesmognt Kurz Flash Deutsche Telekom, Alter Wirklich hoffentlich verrecken die alle im Kundenzeug Kurz einer Oh fuck, sorry Kurz auf Fesser Treppe einer Wär eigentlich nur Verwirrungsschriften Geh mal mit Bombe bitte auch Richtung A Fär schon mal raus Geh jetzt mit Bombe Richtung, äh, geh jetzt vor A mit C der Smoke Keiner Window mit Awe, Journal jetzt Kommt mal Richtung A geschoben bitte Ja, ich bin dabei Habt ihr noch Smogs? Ne Geht nur ein Haus Da ist schon einer Ja, ich komm zurück, ich hab Smog Und du Bombe Ja Tätige Smog, wir müssen jetzt los Die haben im Haus gesmog, glaub ich Bin gesmogt im Haus Get right, glaub ich Get right oder Treppe Treppe Und speichern Klingt halt nix für mir dann So wie zum Kotlin jetzt rauslaufen Mach ich sie kacke Ja Hätten halt noch warten müssen, bis Lennart richtig im Haus ist Und nicht meine Smog geworfen hat Deswegen hab ich ja Lennart und ich ja getauscht Dein Geld, oder? Ne Es hat auch Mold, hallo So lange da ewig zu stehen Mann, es muss alles irgendwie Mal ein bisschen schneller gehen War doch okay eigentlich Wir hätten halt nur Alle unsere Smogs mal werfen Oder Können die noch haben Wunder boosten, bitte Wunder gestossen rausgehen Und nicht halt einzeln Ja, das sowieso Wunder boosten, bitte Das war halt gerade der Fehler Wunder boosten Connect da drin AWP Window Ach, hat's Hits Scheiße Wer? Wo? Wunder Wunder hat AWP Kurz 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 ist auf Ja Wer ist das? Kurz, Mini-Döner Zieh mal oben da Connect da, Connect da Jetzt kommt der So ein Teimlackier Kurz vorne Mann die Mann Warum? Mann ey Ich kann doch nicht Ich hatte voll Fokus auf mich Einfach so vorgeschlichen Warum boostet ihr denn Ich hab doch von Mann Ja Kurz war Kurz war offensiv Connect da war offensiv Das war okay Und da im Window hat halt Felix gespottet Das war halt der Connect da kam halt in der Sekunde rum Wo ich halt kam Es war halt ein Allergy Ich war die ganze Zeit an das Fenster Weil ich glaub dass es zu einer kommt Und als er kam Und die hat alle gepickt Der kommt kurz gerne off Nur ein bisschen Chills Ein bisschen mehr ab Connect da unten Einer Truck und einer Kurz steckt hier immer auch viel Warte mal Erik Warte mal Erik Ich hol jetzt mal die Bombe Einer schiebt Küche glaub ich Ja Schieben schon Richtung B Mindestens 2 B jetzt Ja Geht A Ich hab nicht mehr so viel Zeit Man hat den Raspot Seht ihr aber C Kerrigan Kerrigan Aare Ich komm in Action mit Aare chill Mann ich bombe doch auf den Kopf Wo war der? Küche Klaus Action Fuck Warum ist der Klaus Links Kannst aber speichern 10 Sekunden Ich besuche halt die Alte noch zu N Leonard holt halt einen kurz Da war halt nur noch einer B Hätte da viel schneller drauf gehen müssen Musst du erstmal die Bombe holen Ja dann war er halt der Ich wollte ja dann gehen Dann war der Call Der hat zwarte erstmal Ja aber die Bombe musst du halt gar nicht holen Die kann halt jemand anders dann holen Dann habt ihr halt wenigstens den Spot schon mal Ja aber keiner irgendwie Doch Mitte war halt Keiner Jetzt kommt der Connector Scouted Connector Lass es bitte A machen 10 AP auf A einer Treppe Ja Treppe Immer im Haus Geht mal Wenn ihr eine Nade habt Action Nade Mach Richtung Treppe einfach Sei zu dritt Haus What the fuck Keine Ahnung Und Alter einer zurück Ja der hat jemand Hat jemand Hat jemand Wir brauchen halt nicht zu dritt ins Haus Dann Wenn jemand eine Smoke oben hat Dann können wir halt easy aus dem Haus Auspringen Ich bin jetzt dran Immer bitte Treppe einer Ich bring immer Kerrigan drauf Jetzt wird dem mit der Abstand Kann sein Kann sein Ich bin auch wieder da hinten Der duckt sich Jetzt mal raus Bist du Haus droppen oder so Ist als ob der noch druckst Ja Ich werde abgeflasht Äh gesmoked Lade Guter Immort durchhitted Alter Um Fuck Wo war denn der mit Low HP man Egal Rafft einfach jetzt halt Pistole mal stehen Ich brauche mit der keinen Support Ich hab übelst easy machen wenn wir jetzt einfach ordentlich hitten Wir tun Untergrund frei B B B W rush B rush W rush Komm mal gespeld oben haus im haus der richtig schön er sich dann die farben bestimmt das hat es mal los kaufen noch mal so einfach stellen nicht das tb rushen nicht nicht dumm pushen mit oben einer mit ist viel mit ist das richtig viel 1 what the fuck mitte einer lauf leicht oder die farmers doch wieder oben connecter kann kommen die ganze zeit ja mitte sehe ich nichts mehr action raus einer einer bär 3b 3b kommen ja 3b schön chill jetzt fico freddy kann kommen wir kurz Kurz Aus neben dem Window Kurz, hinterm Schwänge Ich konnte nix machen, hab in der Mitte nur gepeakt, zum gucken ob die schon raus sind oder so Und dann kriegt Ultran Runner Ah, nee Ich guck mal mit A, erstmal gambeln Mitte war ne Flash, kommt da aber keiner Mitte oben Mist, hat zwei Hits Mitte hinter Boxen Ah ja, der aimt ab oben rechts Action kommt Und jetzt B Bombe legen, lass alle drei Action reinrennen Ich glaub ja noch einen holen, der da noch lurkt Die gehen nämlich auf B Wie viel du hittest Da ist einer Headshots Da war noch mehr Noch einer, noch einer Noch einer, noch einer Ein Connector kommen Ich hab Mitte nicht mehr, ich bin jetzt B Gehen B, glaub ich Können wir schieben von A So, gehen A wieder Ja, die sind aber bei A So, ich bin B offen lassen Ja, mach mal Gucken wir da an Nice, die bauen sich auf Schön Mach der Felix jetzt Geht nicht Geht nicht, beide da Bei der Action Heller ist einer Heller ist einer Ich bleib mal B Haus, oder? Falls die dort kommt Der eine in Richtung Haus Ruhig, ruhig, ruhig Alles kommt Okay Headshot Ich glaub, einer hat noch Hits von mir Action raus Chill, chill, wenn du kannst Ich bin hinter dem Lass ruhig Spot, komm, der muss liegen Fahrmaster, Fahrmaster Hast du Waffe? Nicht facen, du kannst Drei Schuss, zwei Schuss Drei Schuss Ja, das war halt auch Obvious ist das Grauen-Fibu da Ja, aber ich kann halt dann auch Nicht mehr weg Ich sag halt, ich soll nicht facen Ich dachte, das war Das war halt schon Vorab schon low Ich dachte, wir müssen Nicht mehr viel machen Müssen das mal auch ausnutzen Die machen das genauso low Wie wir, dass sie da Tausend Stunden vor A stehen Ich glaub, das heißt 2F in hinten los Ich leg die AK Gute Eco eigentlich War noch einer? Wunderbar, nice Mette kann kommen Mette nach A, oder? Ja, ich hab Mitte nicht mehr Ich bin in der AK Gell-Fan Kurz nicht vor, ich bin Steht, bleib, bleib Bleib Kannst du Haus mal aufs Marocken? Oh, ich brauch Hilfe in der Mitte Kann mich einer auch rausflaschen oder so? Ja, ich flash einmal hoch Ach, fuck! Ich hab mich selbst geflasht Mann! Mit viel Mitte Drei Stück Minimum Neckta kann jetzt kommen Ich geh jetzt hier rein Ich kann halt A nicht alleine auf den Spektoren hoch Winnie Döner kann rein, Fibo Lass mich mal bitte hier rein Mach du mal rechts, bitte Mach du mal bitte rechts Winnie Döner kann stehen Winnie Döner ist frei Winnie Döner ist frei Winnie Döner kann nicht stehen, ich bin mit Mitte sieht Erik aber grad auch nichts mehr Ja Wir haben keinen mehr B Wieso? Ja Factor kann rein Ich spiel die Premium Posi oder so Erik Da, Hausloch Ich hab nicht so schnell schieben Wir haben eine Flash B, Smokes Gute Nate Gute Nate Kann schieben, Freddy Kann schieben, Freddy Schön, Mann On One Zeit, Zeit, Zeit On Two Sorry, On Aber Zeit On Be Down Wollt ihr nochmal Haus rein? Lass kurz Lass kurz Ihr habt Flashbanks Flaschen einfach weg Ich lass vielleicht Mini oder so Hat Atom lebt Down Was? Der ist Mini Döner drin Wahrscheinlich 15 AP ist seit unten Der wird speichern Na ja, Alter wird das krank AWP Window Aber kommt da nicht, oder? Aber ihr könnt eine legen Fuck, Alter, ich war Ich hab's ja schon gesehen Leg mal Aave, Felix, bitte Hinter dir Ich bin Felix Die lassen sich mega viel Zeit immer ein So Na ja Ist jetzt ein Mittel? Ne Doch Von Connector nur Mitte, die haben ne Eco Oh What the fuck Mitte ist Meer Der im Untergrund Da ist noch einer Mitte oben links Ach du Kacke, schön Ich geh mal nach B Oder bist du durchgepusht? Hier ist nichts Hier ist nichts Untergrund frei Smoke Palace Brauchst du nicht, B ist nichts Untergrund frei Die bauen sich wieder vor A auf Ja, Action drin Aus vielleicht letzter Ja, AIM bitte aus Ich hab Action safe Ja, ich hab Aus Ich hab Aus Schön, nice Go Ich hab keinen gesehen Ich hab ein Geben, Möwo Erinner Ein Geben, Möw Stecken, Möw Ich bin froh Flash. Ah, Smogs. Oh, ich komm. Schon was raus? Ich bin mega schnell hinter den. Ich bin mega schnell. Flash mal Action rein. Haus, Haus. Nice. Action, noch einer. Action, noch einer. Get right. Get right. Felix hat die. Get right. Get right, ja. Get right, habt ihr einen? Schön, nice. Ich hab's halt, ich hab ihn halt deswegen gar nicht gesehen. Der Untergrund, da hab ich B-Haus und dann direkt. Die hatten sogar Waffen. Ah, Fibu, ich spür mal A, aber. Oder ich spür auch das Netto. Lass mal boosten, bitte. Okay. Bitte, Eco. Flash mal bitte rüber von A. Ja, kommt. Können schon ein Connector sein mit Pech. Mitte hinterm, äh, Kobbel. Ich bin B-Haus durch, gleich. Ich komm gleich Mitte von hinten. Ey, was drücken die denn? Mit die, was lacken die? Zwei hinterm Container. Links und rechts. Fightet nicht, nedet die lieber oder so. Noch einer da, Felix. Aimen, schön. T-Spawn, nice. Action, eine raus. Tetris. Eine Haus, eine Haus, eine Tetris. Bombe down am Spawn. Haus down. Tetris. T-Spawn. Alter, ich A, wie ein Idiot. Alter, warst du mir in der Mitte da mit die gelacken? Zweite Mal schon. Das ist lächerlich, Alter. Ich, ich peek halt nur kurz rum und krieg wieder ne Wanner. Dann hole halt Mitte nur Info und krieg die dann halt nicht nochmal. Wenn die dann nur so reinlacken, musst du die halt irgendwie crossen. Mach halt Timetable fertig. Ja, ich fordere Demo, obwohl wir vielleicht gewinnen. Oh, boosten. Grenade up. Mitte Flashbanks und die Rattensmoke. Grenade. Grenade up. Hab ich einen? Ja. Wind. Untergrund im Wind. Untergrund? Ja. Nails sehe ich nicht. Mitte oben. Mach nicht zu viel, mach nicht zu viel. Ich brauch Mitte Support. Da war ne AWP. Ich komm nicht weg in der Mitte. Ich stehe Mitte unten. Komm, ich komm, ich komm. Wo waren die? Mitte oben war ein A-Beschuss. Ich weiß aber nicht wo. Ich, ich, ah fuck, Alter. Hinterm Container, rechte Seite. Atom-Nail von mir. Ich felsen, ich smock mir ab. Ich bin auch wieder weg. Ganz safe. Land auf der Nail drauf, safe call Mitte. Mitte A war. Und Untergrund einer oder nicht? Ja. Nicht die Greedy, Mann. Jump Spot in den Untergrund. Der ist immer noch da, der ist halt auf der Trappe. Der kann Connector hoch, gerade, Freddy. Oder wer auf A noch ist. Ja. Geh mal links ins Eck, Erik, auf B. Dann mach ich mit A. Dann hast du da safe einen Frack. Lass uns mal wieder woanders hinstellen. Okay, Freddy, dann können wir das nächste Runde noch mal spielen. Ich gucke A, Haus auf A gerade. Kurz kann kommen, Connector kann hoch. Ich gucke jetzt einmal in der Mitte, weil die müssen kommen. B. Einer B. Wo ist der Mollo? Oh, meiner. Aber hier durch. Lass den Lacken echt rein. Rumpel gesehen? Rumpel down, können nicht mehr legen. Der war im Haus oben. Kurz vielleicht. Was? Warte, was wollen wir denn? Die machen gegen mich alles. Geht alles rein. 31 Fracks, ich hab 7. Minecraft. Minecraft geht an und keiner über 10 Fracks. Hallo. Minecraft Bomben ist aber safe eigentlich. Ist auch safe. Bin die Ruhe in der Person. Ich bin eigentlich Rebi. Aber gegen die Diegel-Klicks von dem Fleck kann ich nichts machen. Ja, bitte. Ja, das ist echt schrägig. Bitte frei. Geh mal zurück, lieber Felix. Nicht, dass jetzt Erik überrennen oder so. Nein, nein. Untergrund auch frei. B, 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 B. Die bauen auf da im Haus. Bommel durch, oder? Kommen die? Ja, ja. Okay. Wollen wir noch nicht besuchen, Alter. Auch Bomben gesehen. Ich mach langsam nicht zwei machen, Alter. Ich warte auf euch. Loll. Keiner Küche. Ähm, Bank oder nicht? Und zwei, und zwei. Pusse down, nice. Haus, maybe. Es kann vielleicht in der Smokel sein. Nicht bekannt, nicht bekannt. Haus, Haus, Haus. Flash, aus. Fibu, Fibu aimt. Kitte, Kitte, Kitte. Ich kitte, ich kitte. Aimen. Schön. Was für ein Atom-Nade, Lulis. Lulis in den Chat. Lick dir die Smokel? Sie hat mir aber gar nicht mehr so viel Damage gemacht, dafür, dass sie mich genau getroffen hat. Immer noch ein Kid, Felix. Wollen wir jetzt die Runde ins TV fahren? Alter. Ja. Bitte, kommt. Ich bin so spät. Kurz kann kommen. Winnow ist gesmoked. Kurz. Ach, fuck, der Trader. Noch einer kurz. Ich hab Mitte nicht mehr. Ich geh nach B. Nicht kurz. Lass mich kurz machen. Bist du raus durch, Eric? Ja, ist es bei. Action gesmoked. Äh, Connector gesmoked. Connector, drin einer. Schön. Ich hab B kurz. Die können Mini-Döner kommen. Ich bin jetzt B. Ja, Mini-Döner steht. Okay. Und wo hast du was jetzt? Unter Window. B, einer. Ich flash. Flasch. Einer war B kurz. Der ist wieder weg. Connector kann kommen. Kurz einer. Kurz laupe. Mach grad nicht, Mann. Bede kurz. Ist grad wieder Solo. Ja. Bis, Mox. Ach, im Jump wieder der Weak. Mann, Lacka. Das ist ein Free-Frag, wenn ich da auf der Kiste stehe. Raus durch. Kurz gesmoked. Wir haben hier schon ein Ende. Ihr könnt versuchen. Kurz noch einer. Der Fibo kommt kurz. Schieß mal kurz, Freddy. Damit der Fibo nicht rafft. Ja, spray mal. Smoke, Freddy. Rechtsklass. Nur blind. Was speichern eigentlich? Oh, die haben Geld, aber keine Ahnung. Der Wig ist mein Endgegner. Wieder so ein Wanner, Alter. Ja, das ist richtig komisch, wenn ich die Demo auch safe sehe. Das ist halt ein Free-Frag mit der Scheiß-Awe, wenn ich auf die Kiste komme. Schön. Nice. Aber auch nur B irgendwie die ganze Zeit. Ja. Mann, ich hab so gerochen, dass die B kommen. Fuck. LOL! Na ja. Nice. Na ja. Ja, schön. Minus Cash für den. Kann mir einer eine AWP legen, für Mitte? Ja, kann ja. Okay, mach ruhig. Danke. Oh, Busten. Komm halt dann wie die A dazu. Nee, Mitte ist nix. Busten. Hey. Wir warten ewig. Busten. Da gehen auch Mollos. Ja. Busten. die flash action gegen nicht reingucken ich gucke palace mit abp palace ist drin guter ich habe aus bei b ich glaube ich bin zurück ich glaube der hausspieler ist noch da kann noch einer von a rüberschieben von ctk nach b schieben wir einer bitte die kommen nicht mal ausdauer und dann connector connector zeit 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 zehn sekunden die haben nicht viel jetzt mit der ratten smoke kurz kann kommen felix hier setze ich tic mitte einer aber nicht glaube ich unter window felix ich brauche hilfe ich habe eine eine glaube ich noch low also ich am palace gerade ich gucke action smoke house ab action stattdessen ach du kacke ein smoke liegt nicht sorry ich kann es eigentlich mal richtung schon mitzuschieben ich hab lieber ein b machen action palace da noch mitte oben ich springe in die wand alter mitte oben einer schön letzter mitte oben hinterm container noch mal kurz mitte oben mitte 30 sekunden hat der bombe dann geh mal b felix der ist nicht mehr mitte einer muss b gehen facken am besten direkt spot oder so erik falls er schon durch ist ja der kommt der kann aber nicht legen truck ist der großer hab da nice das war der mit a waren jetzt sogar der rattenhund nice oh ja kam okay jetzt oh ja okay der demo rekord ich hab demo jetzt hießen die uni und die menschen hätte zwei einmal gewinnen den du wirst einer hat links hit einer hat links weg warum schließt du mit rechts der ganz hinten den im hellen t-shirt hat hat low denn der hat low den im hellen fack egal den man lang raus ist wieder die strat die dies holt oder halt kurz und drei kurz oder so mit xbox smoke xbox smoke kurz durch jetzt schon ich kann das smoke kaufen ja ja geht zu dritt kurz ich geh lower wir gehen dann kurz einer lang wäre nicht schlecht noch ja deinen lang smoke kommt jetzt ich komme auf jeden fall mit kurz weil ich Nails habe ich flash euch rüber breit flasch kommt und dann direkt go go ct ct ein timing warum bleib ich nicht stehen kurz wahrscheinlich gleich von hinten aber mach jumper lol was ist das für ein timing man fuck ruhig drückt wieder die usp klicks lass mal lass mal cut das lass mal lower und dann einfach mitte raus mit mit flasch oder sowas ich habe eine smoke komm alles zusammen rechts ja ja pump's hin schön 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 genau so ich hole mir die scout scheiße b b b b b b v b refrax amen die bombe ist down ach man ey man warum läufst du denn mit der bombe da rein jungen als ob sich was geändert hat alter ja doch das sind drei leute dann gestorben ich hatte halt gesmoked ja du wirst doch so gestorben nein das meine ich nicht da werden drei leute nicht gestorben deswegen einfach oben effacen ich glaube die spiel mit relativ offen ja ja smoke b nade kurz ab in folge zwei kurz zwei kurz scheiße ja zwei steck mit unten rechts und der hat doch ein headshot ich hoffe abp ich gehe b auf pick glaube ich mit dem ding wir brauchen immer immer von lower quads ich bin mega offensiv stelle ich mal hinter mich dass ich nicht direkt kassier geht auch nice eben noch kurz wir haben abgesmoggt gottas also noch einer b jetzt vielleicht mal über mitte jetzt ja ja ich hab schon gesmoggt ich geb dir dann bombe ich geh mit eric mit raus der ist hinter sauer pumpensinn der auf base zaunt oder so impf doch bitte in die smoke naja hallo der base out oder vor cutters direkt be down safe ich flash einmal raus vorsicht oh fuck bommelig für cutters geht da einer rein ja ja boost mal bitte holtchen ja boost mal zwei noch ganz unten ja schon mal probieren komm gar nicht mehr cutters ist safe ja 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 saven glaube ich saven tatsächlich what the fuck 4 gegen 3 gut ist halt krank einer ist eben im mittelgang saver super macht ihr beide lange am besten ich halte Methan noch nix b einer b zwei lang nein die sind aber auch nicht blind oder komm zurück wenn du kannst anders noch pit ja da ist rechts warte ich eben kannte wieviel p hast du 100 komm wir doch kurz down noch einer pit lol hey geht kurz mach A warte ich fackle auto noch ein element da frei klar schon mal nächstes mal auf sicherheitshalber können wir legen ich bin lang oder so geh lang mit der abp ich habe mich nur kurs ich habe low AP ich face kann ich habe 3 habt ihr 3 ihr seid safe ihr seid safe hier auch mit lang ich habe CT da ja er kommt kurz er hat er weg er bleibt schön heiß hm soll er Richtung B gehen? ich halte Mitte an ja da ist gerade nur einer B gecrossed ja ja guck mal ob ihr rushen könnt vielleicht lacke ich den weg we shall rule the day ich flasht irgendwas ich smoke ok nix B ihr seid vor denen da ist einer nur B hatte glaube ich 2 B jetzt haben Waffen aber richtig spät ich bin blind und weiß und weiß sie steht vor mir ich kann nicht schießen ich kann nicht schießen kann nicht schießen ich bin noch Base kannst du legen oder bist du noch gar nicht B drauf oder bist du noch gar nicht B drauf pack auf einer noch gecrossed scheiße warte ich komm nur blind einer an der Door ah chill du kannst noch mal zurück gehen einer pusht rein drei pushen rein den kill nach wie denn alter den alter ich habe noch fuck leg doch so lange das war das macht sich wallow door fuck cross jetzt ich will Katas ich will Katas bleib Auto du helms Katas ja? ja mach kreuz Katas ich will ich will einfach zu zweit durch die smoke das ist so krank drückt der eine den anderen weg kriegst du einmal Lennart? ja die waren aber ich weiß nicht was die mit hier gemacht haben die waren so ultra spät versuch mal lang zu pieken einer B einer nur B geht mal Richtung B wenn ihr könnt noch immer nur einer ja kannst du auch gehen hier in der Base ja jetzt noch einer jetzt noch einer ich flasche lang raus Erik ja ich bin lang zu durch sorry 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 komm mal nochmal zurück komm mal nochmal zurück Base Base die sind mit hoch die sind mit hoch zwei stück haben meine AWP geht B ja dann könnte ich mir A die sind zwei am T spawnen haben meine AWP gepickt mal vor B gucken ja ich hol den mal nice einer hat eine AWP der kann Cutters kommen smoke mal ab beide Mitter Leute Alter was ist das für ein Bang letzter Mitte dran Fick den der wird die saven wollen wo ist der genau Mitte oben der war Mitte verrampt halt Hunted den der wird nicht mehr kommen der wird die AWP durchbringen wollen Todesgang oder lang geh doch mal lang dass der nicht langschwein wird wie bekommst du den über Bates der ist im Pit hab noch einen Nuddles Harte Erik bis auf deine Mates da sind ja ja jetzt wirbelnade rein rechts Cutter ja habt ihr nice schön 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 schon sowieso zum Spiel aber du hast dir ja mal Kopf geworfen die nicht nice zum Ende eine AWP legen lass mal nur eine spielen ich brauche einen AK ja come on let's go Flashback einer B nimm mal bitte Bombe hier lang vielleicht hör mal kurz vor ich bin nur blind ich kann lang rausflashen aber du bist schon wieder durch ich kann lang rausflashen aber du bist schon wieder durch gerade schwer wenn du kannst kurz auf ist da noch CT? ja der ist da noch oh Leute da kann du biegen ich putze das in Mitte boah Flash des Teufels der pusht bestimmt gleich durch die Swarm ich flash einmal CT rein was soll ich jetzt Auto frei ja was durch 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 spot ja einser einser ja Elevator imo geht für Plateau geht mal wieder lang einer ach sie hat die AWP rechts drin was drauf noch lebt man ist noch gegen vier lass die mal arbeiten hat einer kurz von euch das ist richtig kacke ey nein ne bleibt weg Leonard man der kurz kurz der prampe ist nur lang gerade brauche mal Hilfe kurz einer kommt CT hoch man chill 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 spiel Zeit kurz in CT noch einer CT noch einer noch einer letzte Zeit Zeit krass schön gemacht ja der war der hat sogar ein hit bekommen alter ich sehe doch nur den kopf wie ist denn das kein kill du warst da dreimal drauf ja shark systems kurios haben wieder nicht viel geld glaube ich wir haben eine AWP also geht wenn ihr Toffs von für A hat geht ruhig lang raus da deckt keiner alle down people oder bitte ne der hat noch überlebt ne der hat noch überlebt der hat überlebt somit ich hab kack spawnen für lang ne das passt das passt das passt da deckt eh keine Ahnung hacken mal zwei ey hier geht nicht rein mit unten ein AWP anhit vielleicht ja das folgt das folgt ich hab keinen cap flight gekauft lächerlich muss ich mal nachbestellen natürlich nicht natürlich nicht nehm ich noch kotz ab bitte mit unten ist eine AWP mit unten ein AWP ja Mann echt linke seite rechts nur in die AWP Mitte rein jede runde ich hab den mit einer cross smoke mitte mach diegel auf B diegel auf B nur lass mal B split machen bitte ja ich hab grad mitte abgesmoged dann lass noch ein bisschen chillen einfach kurz zu rund irgendwie ach das was ich kommt ihr drei kommt ihr drei gleich mitte raus oh fuck mitte AWP ey ich raff den server nicht mitte links ich hab keine flash mehr ich hab keine flash mehr der mono mittel ist von mir ich komm auch mit cutters ich komm auch mit cutters weil ich low AP habe ey what the fuck naja ja müssen halt so mal probieren ich kann raus flashen ja aim erst mal irgendwo ab B mach was los ich flash raus dann lass gehen geht mal close schon cutters ja 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 geht mal richtig close in Gang flash flash jetzt schau ich mach cutters U-low AP Fleeck ich mach cutters je rein je rein ich hab cutters Ich mach's safe Durch, im VB-Plateau Nein! Ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch Du musst Loch an Schönen, dauer P-Down Loch, voll am Loch Nein! Aber nicht rein damit Ich hab's jetzt Halt, warte mal nicht Geh lang Ja, fick die nochmal lang Nice Ich aim mit ab, damit die nicht wieder pushen Ich bin weiß lang Auch ne Flash lang Na kante Flash? Ah, scheiß auf kurz Geh mit lang Die Auto ab Seid, 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 Einser Wollte nur blind Ey, der Einser Auto 2 Ey, der Server ist ein Witz! Da kommt einer von hinten Smoken What the fuck Smoke, glaub ich, ist einer Nicht für Plateau Einer verlangt Felix, er hat mal eine AWP gepickt Komm, hat bitte einer mit CT ab, ey Flash nochmal gegen Ja, mach ich Zwei CT, zwei CT Ja, da kommt kurz, glaub ich Kurz, kurz einer Flash ihn doch mal kurz Ich hab kurz, ich hab absolut kurz Die gehen dieselbe schon Bitte unten noch AWP, der hat sie saved, glaub ich Ah Hey, wie da so ein Durchschuss gehabt Das saved euch auf B Loch, Loch, der ist B-Side Gegen zwei, ne? Ja Hinten Plateau Versuchts noch, versuchts Ich flashe immer drüber Ja Ich mach überauf durch Da ist immer noch Plateau, fuck Das ist ein Elend Ich hab B, Toss 1 Bisschen weiter links flashen, müssen nicht an Wo ich dann reingehe Ja, macht B Ich halt an, ja Da geht eh mal erst nur einer B die ganze Zeit We will defeat you ascend Doch, ich hab hier nochmal ne Smoke Boosted, vielleicht Einer nur B Flash, Flash, Flash Noch immer nur einer Habt da Transport Side, direkt Side Hinter Down Nice Door Door, 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 Door Ich fang mit AWP, da fängt sich ein Nuddle Ich smoke, Loch I'm throwing a grenade Mitte unten zwei Stück Ach fuck, die haben ne AWP Vielleicht Dauer raus Ich, ich halte Cutters von hinten Vielleicht nochmal Dauer raus Zwei kommen von Mitte Cutters, ich versuch einen zu pushen gleich Ich, ich lesch nochmal vor B Cutters unten da Die gehen Mitte hoch Echt? Dass die bumsen, dass die ficken am Geld Die gehen in die Richtung lang Beide? Ja Ich glaub schon Ja, die sind lang, Grube Vor Doors Ah, Pit 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 und Kloster Schööööön Mann Nice Mann Die saven halt viel zu viel Lern und ich hab A 50 Ja Die haben noch nicht einmal ein Retake probiert Ja Können wieder B rennen eigentlich Ich wär doch die wollten es versuchen Aber als ich den Lower geholt hab Solange einer nur B geht, lass immer B rennen Ja Und dann noch ein zweiter kommt Dann lass erstmal chill Keiner B Einer Jetzt ist einer durch Oh, wieder ne Awe Mit dem Ultra Loser Bonus Aber es ist trotzdem nur einer auf B Da war der, da war der Da war der Da und Loch Loch Mann, Smock ist so kacke, man Wieder getroffen Loch hat Loch Nähdemma, nähdemma, nähdemma Smock ab Lähdemma raus, Loch hat Loch Lauer, 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 Lauer Smock mal irgendwie mit Dorf, Yu Ah, ich dachte, der war gesmockt Ich hab Loch Ich hab Loch Kattas noch Kattas kommt Kattas kommt Lauer, Lauer, Lauer Kattas noch, Erich Kattas, Kattas, Kattas Ach man, ich muss halt nachladen Ich brauche einmal einen Drop Ich renne lang raus Ja Es hat gerade einer durchgesprungen Der andere hat gepiekt, ne So können wir mal sagen Flashed Flashed Hecht liegt durch die Tür Okay Ich dachte, ich muss das alles so Oh, sorry Das war ein Ich bin zu eng hier Mock der Maps Was soll ich denn da machen? Soll ich das machen? Smock CT Okay, mach du Die ist kacke, die Smock glaub ich Werfen wir nochmal nach Wollen wir einen abstellen Und doch nochmal irgendwie über Mitte gehen Oder so? Jetzt haben wir nochmal Langkontrolle Linksseite A Einer kann mal versuchen über kurz zu kommen Ich hab doch Smock CT Wenn wir dann vorgehen Der müsste über kurz auch kommen Der müsste über kurz auch kommen Der müsste über kurz auch kommen Versucht kurz zu kommen jetzt weiter Ja Flashed haben wir mit da unten Ja Geh mal bitte einer für Anti-Flash Wir sind unten links Ja Ja, dann müsste halt einer abhängen Ich sag's doch, Alter Ich hab mich extra mal weggedreht Und der holt mich Und du Lang noch, oder? Ich hab mich ja weggedreht Und dann kam die Flash Aber der war zu schnell raus Bevor ich mich wieder zurückgedreht hab Soll ich noch kommen Geht aber Haben wir Aufnehmen oder was? Na? Das ist halt vorletzte Runde Das haben wir schon gekauft Ich halte B wieder an Lass einfach B fahren oder so Wenn's geht Ja Boah Ich halte aber trotzdem B an Kurz auf Mann Halt Der Weak Ähm Deswegen muss er nahe K ab Ey mit mir Mann Ultra Free Frack Cool Das trauens Kurz Kurz vor auf Mann Ich hab grad keine Smokes noch Ja Ich hab nichts zu tun Schaus rechts Lass ruhig nochmal dann Richtung A vielleicht schieben Bleib mal noch hier Bleib ich Ich hab die nicht Kein Mensch irgendwie Geht jemand weiter Schlecht Ach kurz Ist auch Mit rechts Zurück war noch aber Die schieben wir zum CT schon Lass ich nochmal zurück Links Einer B Mann Alter die lacken so rein Einer war noch Side B Warte Na gut Steiner das war komplett B fahren Der hat nur geflasht gerade Der hat gar kein Money mehr geworfen Oder irgendwas Warte voraus Flash Amazon Ich hab ne Smoke in der Hand Falls da doch was kommt Aber der hat nur geflasht gerade Ah ich glaub die haben jetzt mehr Geld Ich kann durchrennen ich hab Smoke Ja Hallo Okay jetzt kommt der Motor Flash jetzt auf der Marktkante Ich hab die Ich hab die Ich hab die Ich hab die Zwei Tick Auto auch Auf Gott hat lau Auf Gott noch Ey hier geht aber nicht rein heute mit Tag Nein Door Ich smoke ab Bitte Ach das ist so ein Timing Ich hab die Ich hab die Ich hab die Schnau Ich hab die Zwei Tick Ich hab die Zwei Tick schon live ja doch lang was raus mit oben auch lang kommt schräge zwei schräge noch einer schräge ja auch einer lang kommt lang ihr müsst nicht schnell retaken wo war der lang hände noch er ist auto glaube ich ich bin hinter den die kommen lang raus direkt über headshot ein kugelmagnet ist nicht schön okay okay so jetzt bitte einfach mal anti-eco gewinnt der wunderschöch kommt lang im rennen und dann ist wieder alles weg er bleibt halt auf spot oder so geht long range die können halt nichts tun das ist nichts oh ja die wollten wir waschen oder die sind raus ehrlich die haben gelegt die werden jetzt forsen upgrade immer auf rm 4 katar steppes katar steppes versuchen lang ruhe bitte ruhe bitte b raus b raus ach das ist so low b schon drauf b schon drauf fack mann warum ich speichern warum traue ich mich nicht und gehe auf ey noch safe oder ja dauer liegt eine farmers für die vielleicht noch wenn du upgraden willst wo liegt die oben an letzter stufe oder so kann es halt probieren für die du hast es halt nur um hier hier machst du noch ein paar freaks keine noch katarste einer wicke noch eine ak mitgenommen kann einen legen ja haben wir hast du scoutling felix ja ja sag mal scout felix da ist sie ich habe jetzt nur usb auf b aber kurz kann kommen ich gehe mit nach b beim flash ist nix doch einer aimt ab what the fuck rechts ist er b noch lang ist was schön bleibt jetzt so xbox smog xbox smog die mach du nur mitte dass die mitte nicht fram rennt so b könnte einer einer kard picken wenn einer kard das rein will ne ne die anderen haben alle waffen fack ich will die haben bleibt einfach so und aimt auch nur ab lennert das ist gut kard picken die kommen wahrscheinlich kurz durch abgesmogt scheiße die können b raus b raus b raus b raus b raus bitte raus ja ja Felix schreit halt aber ja und tu links war einer kathas rein das ist ja fack mann ich mach voll jemand von euch zählt der grad zählt er gelaufen ist das mit viel in den spray rein gelaufen im weg kommen. Mal schiessen. We ultra Flashbangs. Weh raus schon. Hebe ist ein ABP. Du brauchst jetzt. Hebe ist einer. Nein, ich dachte, die hätten da gesmogen. Fuck. Weg, weg. Ah, fuck. In der Plateau. Hat er sogar da gelegt worden? Nein. Soll ich mit W gehen? 2 B machen, ja. Außen? Ja. Einfach jetzt. Ja, lass mal lang von Sides spielen dann. Lohr? XBOX SMOKE Kurz kann durch. Oh, Kurz. Oh, Kurz. Oh, Kurz. Katastrophe. 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 Jetzt hat B schon drauf. Ich... ... ... ... Low HP einer. Zwei Stück da, Felix. Der im dunklen hat Low. Low rein. Hast du Friedou? Ja, schon durch. Ich könnte B gehen. Schön, noch einer Low. Jetzt nicht so viel. Einer hat U Low HP. Letzter Low. Der muss Low haben. Spot. Ich hab 6 HP. Okay. Weg, Fibo. Warte mal. Jetzt Low HP. Eric kann vielleicht mal laden. Ja, Bande, ja. Oh nein. Flash einmal. Flash einmal Side. Ja, dann geh zusammen und probierts. Er ist immer noch rechts. Guck mal, wir haben Zeit. Muss rechts sein. Der kann nicht Plateau sein, Fibo. Du kannst eigentlich ein bisschen offener stehen. Der ist Plateau hinten. What the fuck? Ja, dann chill. Bleib, 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 bleib. Dead Bomber. Fake. Nice. Jetzt rum. Ist irgendwo On-Spot jetzt schon. Nice. Ja. AWP irgendwo? Ja. Wir sind da krass. Katastrophe, glaub ich, ne Arbe. Wissen Sie, sie sind Katastrophe. Krass. Ja. Bei mir geht mit Pumpe wieder aus dem halben Meter. Nichts rein. In den Brustkorb. Blut verschmiert das Scheißding von dem. Legt ihr die Arbe? Ja. Schöne Runde, Eric. Und Geld. Auf gehts. Ich kann dir eine legen. Oh mein, durch die Runde jetzt. Blank Flash. Ich geh zurück. Ich geh zurück. Warte. Bleib mal bitte, Freddy. Wir aimen mal bitte immer auf dem Tor. Kurz. Flash. Etwas Flash. Kurz. Auf diese Meter. Ja. Keine Ahnung. Treppe. So kurz. Kurz steht. Geh mal kurz. Ich bin Feuerwehrauto hier. Meter kann raus. Kurz gesmoked. Noch einer lang. Oder noch einer? Ja. Da war noch ein Bein. Kurz snapped. AWP. Muss mal einen Onspot vielleicht oder so. Ich kann nicht hoch. Lang war eine AWP. Face nicht lang. Lower snapped. Das wird A. Das wird A. Das wird A. Das wird A. Einer lang. Mindestens zwei kurz. Was? Zwei kurz. Mann. Drei kurz durch. Mit einer Art Headshot. Ich fände nur beim Sch... Wurde A an. Wurde A an. Guck. Guck. Neiiiin. Mann. Fuuuck. Mann das ist doch... Ech... Geil wo ich stehe. Ich hatte nur beim Schieben. Ja, aber es ist doch logisch, dass er da unten steht, einer. Nächstes hin-aimen. Ja, ich hab ja hinge-aimt, aber er hat das... Ja, hinge-aimt. Lang einer raus. Drei lang. Ich hatte Headshot einer. Mann, der aimt doch ab. Spawner oder lang drin? Wieso schon aus Bad? Ne, der Felix abgeämt hat. Ach man ey, ich dachte... Noch ne Spar. Ja, noch einen und da müssen wir alles wollen, auf geht's. Komm mal kurz. Können wir in der Mitte Smoken oder Nain? Ja. Ich komm mit kurz. Kannst du boosten, Fieber? Ja. Lang war ne Flash, glaub ich schon. Ja, zwei Stück. Drei Stück. Kannst du noch mal schießen, Erik? Ne, ich bin noch nicht. Bommbe Mitte, Bommbe Mitte. Oh, er hat dich beschubt. Cutter's Feier. Zwei Mitte oben. Stemper bitte nicht. Was? Sehr geil. Palmer, bisschen lang weg. Müsste 1 AK sein. Nein. Schön. Er ist noch. Ein Abfall. Nur noch einen macht, sonst ist es gut. Kann wahrscheinlich kurz gehen. Lang ne Smoke. Lang. Einer. Ja. Gecrossed. Wart richtig lang bis der Link. Wtf. 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 Können wir den Arm legen, Erik? Ja. Komm mal bitte, wo einer steht. Ja. Let's go, let's go. Mach's gesehen. Wtf. flasch. Wtf. Blasch. Wtf. Raus schon. Flasch euch in den Rücken. Wtf. Gute Flasch von mir. 3 noch da. 42 noch da. 1本当? Rein gemacht man. Auf gehts! Die waren zu voll. Kommt man. Wenn wir jetzt zwei Runden holen, dann sind die... Die waren zu voll. Kommt man. ULTRA MONEY BROKE Er hat noch einen Empyre legen, Felix hat noch Geld Bitte nochmal callen Jesus Wir sehen Lang Flash Wir fahren wieder lang durch, kann einer von B glaube ich Kommen die lang? Ja schieb mal Freddy Lowout bis dahin, Lowout bis dahin B Flash Kommt nicht, kommt aber nicht Wir chillen aber irgendwie, cut das ab Mitte unten raus geflasht, Mitte kann raus Hilfe Mitte mit Mitte raus glaube ich Da steppt oder kurz Irgendwo Mitte steppt Mitte B-Smoke Flash nochmal Mitte Smoke kurz ab Smoke kurz nach, wenn die Smoke weg ist Smoke Immer noch Mitte oben Und einer bis dahin Kurz smoke Die ist schlecht von mir Glaub ich Kurz fahren Step Halben immer noch Mitte gesmoked Ja für so viel Zeit Bitte Flash Kurz 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 wird durch Und auch Mitte oben Stamped Kurz steht Ich komm mit jetzt auch nach A einer ist Upper B2B Smoke Kurz Moly Kurz Moly Kurz A war ein Hit mal wieder Zwei kurz Spann Sagen wir uns nichts Mitte oben Anti-Palme noch Whitebox vielleicht schon kurz Mitte oben immer noch ein kurz mit Palme immer noch Spot Bomber down Noch einer kurz Zehn Sekunden Plätser, Plätser, Plätser oben Mitte oben Gleich Catwalk Mit unten raus Schön Mann Vita A war nicht Ich hit nur an Zehn Assists obwohl ich nur A war spiel Wtf ey Komm die Runde dann Das ist safe Fackel B ab Schmeiß da alles rein Ich hab nur ein Moly Ich hatte ja kein Geld Reicht doch Moly Dann komm ich mit B Dann mach du Mitte Moly aber rein Moly einfach nur Dann kannst du wieder Mitte gehen Fang Flash Geh Deppich Geh Deppich Geh Deppich Ich geh wieder Mitte Du kannst ja Du hilf dir auch mit Mitte Geh hier Geh hier Geh hier nur Deppich Du kannst Richtung Spot gehen Mit unten Die haben Ball Die haben Ball Ich smoke Mitte ab Boah lang ist was Halbner Ich glaub lang drin einer Ja Ich orientier mich wieder Richtung A Freddy Steh noch Mitte unten Ich bin hinter dir wieder Siehst du ob die kurz gehen Ja Ja Ich hab kurz Der auch safe Ich hab noch nicht so viel Zeit Delayed noch Kurz kann jetzt einer durch sein Bitte Ich flasche einmal Freddy Ich flasche jetzt einmal kurz Hi To be smoke Ich kann nicht supporten Freddy gerade Ich flasche nochmal mit der Gegen Das ist keiner raus Es ist keiner raus Es ist keiner raus Es ist keiner raus Es ist einer unten B kommt raus B kommt raus Gib B auch Freddy Gib B auch Nein Was gibt der mir? Durch einer Der ist Zaun durch Einer durch Stammt noch Lackshot Spot Close for door Keine Flash mehr oder sowas Big Box Zieh rum Zieh rum Zieh rum Schön Der Blau Hinten Wichseck Hinten Wichseck Freide Spot Freide Spot Fuck man Mann Der weak Die lacken halt nur rein Die lacken immer so die wichtigen Shots Ich krieg auch den lächerlichsten Freeshot von Ostern Der andere Daumen Ich dachte wir stehen zu dritt B Ich hab heute gerade mitgegeholfen Ich war alleine Ich hatte halt die perfekte Pose Und ich krieg einfach im Aufstehen direkt den Mundklick Der hat mich nicht mal gesehen Flash Noch eine Weg Geh weg Lang raus schon Geh weg Ich schieb ich schieb Ich brauch Hilfe Also Spot boosten Du Scheiße Seht die Smog schon Ich bin nur blind Kante noch Kann Spot boosten What the fuck Lang noch mehr Oh komm Freddy Cross Geh gecrossed ja Einer am Auto glaub ich Auto und kurz Komm kurz Geh vielleicht auch nochmal zurück Freddy Man könnte besser retaken Nein Nein Das ist lächerlich Ich war komplett drauf Kannst nicht speichern Der weak luckt mir auch wieder den Shot seines Lebens Ich raff den nicht ey Von dem fordereich dem irgendwie Geht ja Schräger Du hast den Kit gepickt durch Nicht mehr viel Schuss Fünf Nein Fuck Schade Mann der lackt so rein Das ist so lächerlich man Das ist nur so locker Einmal kommen die Klicks Dritte Runde hintereinander wo ich in Acker One Acker sicher ohne das schießen zu können Wir müssen unbedingt in den Pit rein Felix Lauf mal einfach durch Ich flash flash Möchtest du sehen Eric? Lauf durch Nicht zu sehen Lass einfach nur durchlaufen Going smoke Backbox smoke Lang stand einer Katast war glaube ich noch einer Oben war noch eine Flash Ja Schau mal weg Ja nix Katast ist frei Sehen wir die AIM mit da oben ab So lange ist nichts mehr drin Scheiß drauf ich stehe hier mit einer Pumpe Katast steht noch oder? Die muhe ich hier ein Nein Katast ist nix Hier oben Mal Na egal Muss nur abhaben Eric Ich call wenn ich Hilfe brauche Man dieser Week ist so komisch man Mit da oben immer noch Palmer Lang Boah lang noch Lang geht es raus Vielleicht Pit 2 glaube ich Oder 3 Auto Molly Hawk Flasher mal gehen Schon durch Einer hinter dir Freddy hinter dir Freddy hinter dir Ja ich wollte aber erstmal den holen Lang noch Lang noch An der Wand An der Wand An der Wand An der Wand Geht der rein Oder so Vielleicht Ne das bist du Lang Oh noch lang Oh noch Oh noch Beide lang Beide lang Beide lang Beide lang Ja Go man Robert time Ja Lennart Ich wollte halt erstmal den holen den ich seit den Pfaden gerückt habe Und gemerkt dass ich hinter einem entgegen gelaufen bin Brauch noch einer? Ja ne Geht der mal lang mit dem Spawn Brauch keiner mehr Geht der mal lang mit dem Spawn Bitte nichts Ich komm wieder mit B An Flash An Flash War noch eine Flash für lange aber auch Smoke ab und leave dann lang Kurtz kann kommen Kurtz kann kommen Du brauchst nicht hier hier ist nichts Kurze smoke, ich bleib boost Mitte unten Unten Kurtz Glaub ich Ach du bist hier Ja Smoke nochmal Mitte unten Kurtz stepped Bricks Glaub ich Treppe Willst du Cutters rein Erik? Ich könnte mit Flash gehen Nein 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 So steht auf jeden Fall was Mitte unten auch Headwalk Mach jetzt B auch mit Mitte oben Tettnein Wer ne Flash? Ich hab ne Flash in der Hand Erik Wenn was kommt Call, dann flash ich rein Mitte unten ist safe ja Ja Zeit You had stepped Aber nur einer glaub ich Zwei Kurz Kurz viel Drei oder drei Mitte unten einer raus Down Kurz Schön Und Hu Kurz 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 Zeit 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 Ich bin hinter den Ich flash drüber Weg drehen weg drehen weg drehen Jawohl Mann go Overtime Picker Das Draw nehmen Ja komm das kann niemals sein Das wir irgendwie verlieren Mann ey Das war ein Pissgel Ich hab 10 Assists Ich hab echt nur Ava gespielt Ja das war halt Ja In der drei oder? Schon live Ja Soll ich mit lang oder mit P gehen? Mach B Ich glaub die kommen vielleicht probieren die es nochmal auf B Ich bin mega Spitz lang Nix zu sehen Lang flash Lang flash Lang flash also ich bin blind Ich bin blind Viel lang viel lang Viel lang Ich mach geduch Geduch Du kannst auch noch vor Ich flash einmal lang gegen Ich aim da lang mit AWP Schön Ah fuck schon relativ close Relativ close Einer ist upper Einer ist upper Pile mal einer Hit 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 vielleicht Ja Kurz einer Schnapp Mitte jetzt Schnapp Mitte jetzt Schnapp kurz ab Lang 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 Ach ich hör dich immer alter Einer Lore Mach jetzt kurz Ich glaub lange ist nix mehr Schnapp Kurz durch glaub ich Lang Lang auch noch einer Lang ist noch was 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 Lang ist noch lang von wer irgendwie lebt Noch einer lang Zwei kurz Einer hat ultra lau vielleicht sogar zwei Ja ja Komm bitte mach das für dich Ich werde das anlegen Gleich hoch die scheiß Rampe Vikings Vogel Ja 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 AWP Guss 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 Ja jaま Dass die kurz nicht down gehen. Ich hätte die, glaube ich, beide auf 90 oder so. Sau, Alter. Sau. Oder liegt aber da. Da ist der Teufel, der mir da kurz gedrückt hat. Hey, hey, hey. Jetzt kommt die Safe-Bee, Alter. Nein! Nein! Warum piekt der noch? Lange eine raus. Fuck. Ich dachte, du aimst mit zwei lang oder so. Die kommen. Ach. Nein! Alle lang, alle lang! Low, geh über lang, Eric, geh über lang, geh über lang, Eric. Wir haben noch welche low? Wirklich alle. Noch zwei low, Eric. Äh, äh, Molo, ja genau. Nice. Die kommen mit über lang. Molo liegt gut. Dann kann das sein. Ich glaube, die sind alle lang. Ich glaube, die sind alle lang, glaube ich. Flash immer lang, Freddy, bitte. Dann hat Eric da was zu tun. Jetzt, jetzt. Okay, lang ist geflasht. Pit. Amen. Amen. Nein. Zwei lang. Eingeholt. Nein. Alle haben low HP. Mann, diese scheiß Mütze, Mann. Ich hasse das. Egal, komm, wir holen, dann ist das gut. Fuck, Felix hätte fast 4K lang gehabt, ey. Hatten alle 20 AP oder so. Fuck. Einfach die holen, das passt. Ich muss dich nur mal kurz. Ich gebe mal kurz an die Wand. Ich bin auch irgendwie nie lower, aber ich bin auch irgendwie nie lower, aber ich dich. Lang Flashes. Bitte oben. Danke, vor allem. Spawn, spawn noch. Nicht weiter mit Face. Lang kann stehen. Lang steht auch schon. Ich bin voll kurz, Mann. Ich gebe, ich gebe kurz. Okay. Kurz down. Lang down, schön. Schön, schön. 2 und 2. Jetzt chillen. Kurz noch einer. Kurz, glaube ich noch einer. Einer, einer. Wo lang? WTF, Snook. Der war lang rechts, dann der Smoke irgendwo. Der kommt vielleicht durch, glaube ich. Oh ja, lang kommt, Erik. Der Blind. Weit, lang. Weit, lang. Letzt was durch. Ist schon links, ist schon links, ist schon links. Ja, chill mal, chill mal. Wie eben. Eins gegen eins. Oh Mann, das ist kacke. Ich habe mich das Gefühl, dass er noch mal kurz schleicht. Ich glaube auch. Jawohl, Mann. Das macht ja nicht. Wie ist die Geheugen, Mann. Das ist kacke. Oh. Ich bin defusing the bomb. All has been defused. Counterterrorists win. Wird bestimmt so ein 56 zu 58. hat zwei runden auf die seite das sollte machbar sein also hier steht des hasses für b willst du mit b freddy oder wollen wir beide aber kaufen da muss felix bombe mitnehmen hat sich mehr ausgezahlt hat keiner b keiner b der andere kommt gleich drei zwei eins einer nur b f*** den ich bleib base noch einer jetzt mit unten aber anhit aber anhit zwei vielleicht abp anhit keiner hat cutters freddy du musst cutters machen mach du cutters ich hab wenn dor reinkommt keine ahnung wo ich bin ich hab dor wenn da einer probiert doch rein schön schön letzter loch jawoll mann nimm mal Awe mit felix mann hell hier geht nicht rein mit Awe das ist ein witz wieder zweimal drauf noch mal B ja aber rennt halt hin die das immer nur einer B das hat einer noch immer einer immer einer ist halt so easy ist weiter durch der hat glaube ich jetzt von mir ich bleib wieder am spawn auto 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 man kommt zurück wenn ihr könnt brauchte ich von dieser flash da nicht weg ihr könnt durchlaufen wenn der banken flasht das ist immer voll sinnlos lower scheiße wenn wir nur damage zu machen dann haben die nicht viel geld für nächste der cutter schon rein komplett ja der blauer war auch schon scheiße die werden dich auch handen wollen naja ja ja egal wir haben Geld wieder drauf was ist denn das glaube ich eine durchbox oder so ey ey er hat nicht mal hit der war so drauf waren zwei ne aus aus und aus aus Lange raus. Ja probieren wir einen langen Brennenschutz zu machen. Nehmt mal bitte Bombe ich versuch ich fake B an. Fällt durch wenn der piekt die Awe. Einer durch mindestens. Ein Flash. Die Flashkante. Die Flashkante. Kurz auf kurz auf. Der hat ultra low kurz. Der wird zurück. Der wird zurück. Lass durch jetzt. Ich hab CT gesmoked. Komm go jetzt komm mit. Molli das ist scheiße. Bleib mal vielleicht noch ein bisschen. Zettel rein. Down 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 down. 4 HP 4 HP. Kommt drauf. Komm bitte mit mit den Acast. In der Smoke. Smoke. Schön schön schön. Und 2. Mach lange von unten. Mach death lasty. Komm jetzt. Ja 4 HP. Leg für lange wenn der geht. Ich will schon einmal Zettel in die Smoke rein. Ich glaub ich schon Elevator. Geh mal nicht mit lang. Geh mal nicht mit lang. Doch doch. Bomb nicht viel lang. Lang komm. Lang komm Freddy. Hilf mal jetzt. Lang komm Freddy. Ja ich versuch den ein bisschen zu belten. Hat einer CT? Ja hab ich. Schön on one. Nice on one. Kurz oder? Kurz durch. White Box. Das low. Nichts mehr. Gute Nate. Ah ja. Dead low. Schön man. Nice. GG Jungs. Auf gehts. Heismatter. Oh war das denn Krimi alter. Oh man ey. Eieieiei. Upload 2 Stunden. Das war auch geil man. Habs gedauert in 3 Tage hochladen für so ein Video alter. Habs gedauert in 3 Tage hochladen für so ein Video alter. Das war gut. Das war gut. Weak. Möchte ich trotz Win die Demo haben. Ja ich würd's irgendwie auch Karl. Da kannst du ja die Code TV runterladen. Seitdem hab ich reingelackt. Mirage 3D gewonnen in der Mitte. Das war to watch für mich. So ein 1 auf B wo ich dann die eine Runde auf B kassiert hab hab ich auch niemals verstanden. Ja. Weißt du mal was haben wir jetzt? 4 Wins, 2 Loss. Ja. So ich bin dann raus. Jo. 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 Tschö. Tschö. Ein wirklich sehr hart umkämpfter Sieg gegen das Team Unimaginative hier also. Wir sind jetzt auf dem 4. Rang mit 4 Siegen und 2 Niederlagen. Das Team Unimaginative könnten wir mit diesem Win auf den letzten Rang verweisen. Was die Jungs auf jeden Fall nicht verdient haben. Mirage hätte auch in deren Favor ausgehen können. Das war wirklich auch eine richtig knappe Map. Und das 2 habt ihr ja gesehen. Overtime wirklich sauknapp. Ich glaub das war für uns in der Team Schweineheim Konstellation. Overall das spannendste und knappeste Game was wir je gespielt haben. Hat mega Bock gemacht. Wir waren aber auch echt fertig danach. Das war echt sauanstrengend. Fast 2 Stunden komplett Full Focus zu daddeln. Also echt Hut ab an die Profispieler die da so ein komplettes Turnier durchspielen. Mit irgendwie 10 Stunden am Tag komplett durchdaddeln. Das ist echt wirklich anstrengend. Das ist anstrengender als man denkt. Viel viel anstrengender als irgend so ein random Matchmaking oder Ezer Match. Aber ja. Sehr zufrieden mit dem Sieg dann doch am Ende. Nächste Woche spielen wir gegen Iguana. Die hier auf dem ersten Rang seht mit 5 Siegen. Und einer Niederlage wird ein sehr sehr schweres Spiel. Mal gucken was da geht. Wir sind guter Hoffnung, dass wir jetzt den Klassenerhalt schaffen können. Hoffentlich hat euch das Game auch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.